Herzlich willkommen, mein lieber Steinbock, zu deiner kurzen Tarot-Wochenbotschaft. Ich schaue heute schon auf die Woche vom 3. bis zum 9. Juni. Ich schaue, was dich da erwartet bzw. was dich stärkt bzw. was dich schwächt in dieser Woche. So, ich mische erstmal locker in der Hand, wie immer. Was dich stärkt, sind die Erkenntnisse, ja, spannende Energie. So, Schwächen tut ich gar nichts, scheinbar. Irgendwie wollen die Karten nicht. Doch, hier, der hier. Okay, super. Wir haben hier auf der Nicht-Tun-Seite oder beziehungsweise, das solltest du vielleicht unterlassen, ne, haben wir die 2 der Stäbe. Das zeigt so eine Lustlosigkeit bzw. so Lippenbekenntnisse. Ich gucke auf das große Ganze. Ich habe nicht so Lust, mich an irgendwelchen Details zu verlieren, ja. Das ist eine ganz, ganz wichtige Karte. Manchmal zeigt sie auch, man steht am Scheideweg und soll irgendwie eine wichtige Entscheidung treffen, ne. Man steht an der Kreuzung und man überlegt sich links, rechts, geradeaus, wo soll ich denn jetzt lang gehen, ne. Das eher nicht. Jetzt haben wir hier, was du tun solltest, Asse. Asse sind immer sehr interessant, weil sie Chancen anzeigen. Eine göttliche Hand reicht dir hier ein Schwert. Die Schwerter stehen auf der einen Seite für Entscheidungen, aber auch für den Verstand, für Klarheit, für sich Informationen draufschaffen. Das finde ich hier einmal ganz wichtig zu erwähnen. Es wirkt hier so, als ob es hier Dinge gibt in deinem Leben, über die du dir klar werden solltest, bevor du das große Ganze anguckst oder dein ganzes Leben einmal umwurschtelst, ne. Sondern hier, das ist eine Karte, da wird man nicht unbedingt dümmer, ne, um es jetzt mal ganz, ganz salopp auszudrücken. Wir haben hier eine Krone, das heißt, das ist wirklich sehr wertvolles, sehr hochwertiges Wissen, was nicht unbedingt vielleicht jedem zugänglich ist. Dir an dieser Stelle schon. Was aber so ein bisschen die Krux ist an der Karte, dass wir es noch erkennen müssen. Und das ist manchmal gar nicht so leicht, ne. Wenn dir immer wieder ein Thema über den Weg läuft, sei es im Fernsehen, sei es im Radio, für die Leute, die noch Radio hören, vielleicht auch immer als Thema in deinem Freundeskreis, dann wäre das ein wichtiger Hinweis, sich da vielleicht reinzulesen, mehr Informationen draufzuschaffen und einfach ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja, das könnte tatsächlich wertvolle Wahrheiten beinhalten. Oder vielleicht auch, Schwerter stehen auch sehr gerne für eine gewisse Kreativität. So, ich schließe die Legung. Ihr wisst Bescheid, was ihr mit diesen Informationen anstellt, dürft ihr wieder alleine entscheiden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.